Hallo Leute, Marc hier von MagMav Studios. Willkommen zu einem neuen Review. Heute teste ich den Flytec T18. Das ist eine kleine Mini-Racing-Drohne, ausgestattet mit einer 2 Megapixel FPV-Kamera, die über App gesteuert wird. Den gibt es in verschiedenen Farben und bestellt habe ich den bei TomTop. Das ist ein asiatischer Versandhändler und dort kostet der Quadcopter zum Zeitpunkt des Videos nur ca. 44 Euro. Alle Links und Infos zu diesem Quadcopter findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, packen wir den T18 einfach mal aus und schauen uns den genau an. Und natürlich mache ich in der zweiten Hälfte des Videos noch einen Probeflug damit. Das hier ist die Drohne schon. Hier haben wir auch schon die Anleitung. Die ist komplett in englischer Sprache. Die Drohne selbst hat eine austauschbare Oberschale. Das finde ich schon mal sehr cool. Hier in blau und rot. Weiterhin in der Box ist noch die Fernbedienung und natürlich der Zubehörbeutel mit Ersatzrotorblättern und Ladegerät. Das hier ist die Fernbedienung. Hier ist auch eine Halterung dran, wo man später sein Smartphone einstecken kann. Den Zubehörbeutel machen wir gleich noch auf. Jetzt schauen wir uns erstmal den T18 etwas genauer an. Der hat hier wie gesagt eine wechselbare Oberschale. Das kann man hier oben einfach rausziehen und auswechseln. Geht ziemlich einfach, werde ich euch gleich zeigen. Die kleine Drohne ist hier noch gut festgezurrt. Die werde ich jetzt gleich noch losschneiden und dann werfen wir einen genaueren Blick darauf. Man sieht hier sehr schön, das Ganze ist sehr minimalistisch gehalten. Hier mit dieser Oberschale, die man auswechseln kann. Hier vorne ist die Kamera. Also von der Optik macht das schon einen sehr guten Eindruck. Das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Soweit war das auch schon der ganze Packungsinhalt. Als erstes werfen wir jetzt einen Blick auf die Anleitung. Die ist wie gesagt komplett in englischer Sprache, ist aber auf jeden Fall ausführlich genug, um damit abzuheben. Ganz wichtig hinten auf der Anleitung ist der QR-Code, um die passende App herunterzuladen, mit der man dann den Flug live verfolgen kann. Hier hinten sind diese QR-Codes und die App gibt es eben für Android und für iOS. Dann kommen wir zum Zubehörbeutel, der hier beiliegt. Hier sind wie gesagt die Ersatzrotorblätter drin und das USB-Ladekabel, mit dem eben der Akku geladen wird. Aber dazu gleich mehr. Jetzt packe ich hier noch die Ersatzrotorblätter wieder ein. Die kann man eben austauschen, falls mal was kaputt geht. Der Flytec T18 ist auf jeden Fall als Racing-Drohne deklariert. Die macht auch Geschwindigkeiten von ungefähr 6 Meter pro Sekunde. Ist also schon ziemlich schnell 8 Meter pro Sekunde Steigleistung. Hier gibt es einen kleinen Schalter, mit dem man die Drohne nicht einschalten kann. Das ist, um die Kamera ein- und auszuschalten. Hat man die Kamera nämlich angeschaltet, sendet die ein WiFi-Signal aus und das geht eben auf den Akku und so kann man eben noch ein bisschen mehr Flugzeit rausholen. Um das Teil hier einzuschalten, wird einfach hier hinten der Akku angesteckt. Dann ist die Funktion schon da und dann kann man das Ganze mit der Fernbedienung verbinden. Ihr seht schon, die LEDs blinken. Hier an diesem Schalter kann man wie gesagt die Kamera dann ein- und ausschalten. Die Funktion der Kamera kann man ebenfalls unten an der Drohne überprüfen. Da gibt es ebenfalls ein LED und das signalisiert dann, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Ich werde das jetzt abziehen, um euch den Akku zu zeigen. Der hat 3,7 Volt und 450 mAh. Damit habt ihr ungefähr eine Flugzeit von 7 bis 8 Minuten, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Schaltet man die Kamera ab, dann spart man sich das WLAN-Signal und da bekommt man einfach noch ein bis zwei Minuten mehr raus. Dann die Oberschale lässt sich auch einfach wechseln. Die kann man hier einfach so rausklipsen und dann austauschen und das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. So kann man den Quadcopter optisch noch etwas anpassen und falls mal die Oberschale kaputt geht, denn darunter sitzt direkt der Akku, hat man einfach noch eine zum Austauschen. Genauso kann man die Quadcopter besser unterscheiden, falls man mehrere von dieser Sorte hat. Das Einsetzen der neuen Oberschale geht etwas friemelig. Man muss da schon ein bisschen aufpassen, die Nasen nicht abzubrechen. Wenn das dann montiert ist, dann klappt das auch ganz problemlos. Vor dem ersten Probeflug muss natürlich der Akku noch geladen werden. Die Ladezeit mit dem beiliegenden USB-Ladekabel beträgt ungefähr 70 Minuten und dann habt ihr wie gesagt 7-8 Minuten Flugzeit. Das ist ebenfalls ganz okay, gerade da diese Drohne auch relativ hohe Geschwindigkeiten drauf bringt. Dazu steckt man einfach den Akku an das USB-Ladekabel und das Ganze dann an einen freien USB-Port. Am Ladekabel ist auch ein LED eingebaut und wenn das er liegt, ist der Akku geladen. Ohne den Akku wiegt die kleine Drohne hier nur knapp 50 Gramm, was sehr leicht ist. Ansonsten ist hier vorne noch diese kleine FPV-Kamera. Die nimmt auf in 1280x720 und überträgt das Bildsignal hier unten über diese Antenne via WiFi auf euer Smartphone. Wahlweise werden die Videos der Kamera auf dem Smartphone gespeichert oder hier hinten über den MicroSD-Karten-Slot. Da könnt ihr eine Karte einlegen und dann wird die Aufnahme dargespeichert. Es ist leider keine MicroSD-Karte enthalten. Ansonsten war es das hier auch schon. Jetzt kommen wir zur Fernbedienung. Die liegt auf jeden Fall sehr gut in der Hand. Ist so ein bisschen angeordnet wie ein Gaming-Controller. Alle Funktionen sind gut erreichbar. Über die Schultertasten oben kann man die Flips auslösen und die Geschwindigkeit verstellen. Es gibt drei verschiedene Geschwindigkeiten. Die Knüppel sind super gespannt, also da kommt man super mit zurecht. Hier oben sind die Schultertasten, um eben die Flips zu machen und die Geschwindigkeit zu verstellen. Der An- und Ausschalter. Und als besonderen Clou gibt es hier oben die ausziehbare Smartphone-Halterung. Da passen Handys rein bis zu 5 Zoll. 5,5 Zoll passt nicht mehr, das habe ich probiert. Das kann man eben hier rausziehen und wieder reinstecken. Ansonsten bin ich mit der Fernbedienung super zufrieden. Ist ein gutes Teil, liegt super in der Hand. Betrieben wir das Ganze von vier Batterien in der AAA-Größe, dann hat man ungefähr 70 Meter Reichweite mit der Fernbedienung, was ebenfalls enorm ist für so eine kleine Drohne. Zum Betrieb mit dem Handy braucht ihr natürlich noch die passende App. Hier hinten ist der QR-Code. Die gibt es wie gesagt für Android und iOS. Ich lade die jetzt hier direkt aus dem Play Store. Die App nennt sich Flytec FPV. Die werde ich jetzt gleich hier installieren und damit kann man eben den Flug live auf das Smartphone streamen. Genauso könnt ihr den Flug aufnehmen. Und als dritte Möglichkeit kann man den Quadcopter komplett nur mit dem Smartphone steuern, also über die On-Screen-Elemente auf dem Display. Dann werde ich das hier oben jetzt einspannen in die Halterung. Die hält auch relativ fest, also ich vertraue der Sache. Und wie gesagt, 5 Zoll ist die Obergröße, die man hier einspannen kann. Und das hält wunderbar. Ich denke mal, ich starte kurz die App. Dann sieht man hier auch schön die Bedienelemente. Die kann man auch abschalten, damit man eben freie Sicht hat beim Flug. Und da ist auch die Aufnahmetaste, um Videos aufzunehmen, genauso Fotos. Und dann geht's los zum ersten Probeflug. Zum Scharfschalten den Gashebel einmal komplett nach vorne und nach hinten bewegen. Dann piepst das und dann sendet die Drohne das Wi-Fi-Signal aus. Ist zu finden in den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken. Und dann kann man sich hier in die App einwählen. Ihr seht hier sehr schön, das Ganze wird wunderbar übertragen auf das Display des Handys. Und ihr seht eben so wunderbar, wo man hinfliegt. Und so sieht das Ganze auf dem Handy aus von der Optik. Die Übertragung des Bildes ist relativ gut für so eine kleine Drohne. Macht also auf den ersten Blick einen ganz guten Eindruck. Ich habe hier schon weitaus schlechteres gesehen auf dem Smartphone. Also die On-Bord-Kamera ist schon okay für den Preis. Und dann würde ich sagen, starte ich hier noch die Kameraaufnahme und kann einfach losfliegen. Der Flytec T18 ist als Racing Drohne deklariert. Hier in der ersten Stufe ist er auf jeden Fall ziemlich langsam, aber auch super einfach zu steuern. Der steht wunderbar ruhig in der Luft und lässt sich super Millimeter genau steuern. Ich gebe mal ein bisschen Gas und fliege mal vor. Also das ist immer noch Geschwindigkeitsstufe 1. Und da ist er eben super einfach zu fliegen. Eignet sich so auch für Interflüge. Das Flugverhalten ist in Stufe 1 auf jeden Fall sehr gutmütig. Die Fernbedienung setzt das alles sehr präzise um. Man kann sogar Flips machen und das funktioniert ebenfalls sehr gut. Der Quadcopter hat enorm Power. Das merkt man schon. Allerdings in der Stufe 1 ist er ein bisschen langsam. In Geschwindigkeitsstufe 2 macht er der Bezeichnung Racing Drohne schon alle Ehre. Man kann da schon davon sausen. Und das Flugverhalten ist auch hier wunderbar. In Geschwindigkeitsstufe 3 wäre hier fast zu wenig Platz, um den richtig auszufliegen. In Stufe 2 kann man hier noch wunderbar agieren. Also ich denke mal vom Flugverhalten bin ich da sehr zufrieden mit, gerade wenn es windstill ist. Das hier ist die Kameraaufnahme, die auf der MicroSD Karte gespeichert wird. Leider ist wie gesagt keine Karte bei. Aber für so eine kleine FPV Drohne ist das Bild auf jeden Fall ganz okay. Das habe ich also auch schon viel schlechter gesehen. Und die Kamera nimmt eben auf in 1080x720. Leider nur mit 20 Bildern pro Sekunde. Also die Bildrate ist nicht ganz so hoch. Für die Preisklasse ist die Kamera auf jeden Fall noch okay. Da kann man gar nichts sagen. Und die Aufnahmen sind relativ gelungen. Ich denke mal, ich wechsle die Location, um da noch ein bisschen mehr Gas geben zu können in Geschwindigkeitsstufe 3. Und in der dritten Geschwindigkeitsstufe macht das Teil dem Namen Racing Drohne wirklich alle Ehre. Da kann man richtig Gas geben und er saust wirklich super davon. Auch die Reichweite von knapp 70 Metern ist wirklich okay. Dazu kommt eine enorme Steigleistung, wenn man da hoch saust. Also vom Flugverhalten bin ich da super zufrieden mit. Im Vergleich, ich habe letzte Woche eine Brushless Drohne in dieser Größe getestet und die ist nur minimal schneller als dieser kleine Renner hier. Also da eignet es sich auch definitiv für den fortgeschrittenen Piloten, der ein bisschen rumsausen will. In Geschwindigkeitsstufe 1 lässt er sich auch von Anfängern gut steuern. Genauso kann man hier in Dörr wunderbar fliegen. In Stufe 2 und 3 kann man eben Vollgas geben und das macht echt Spaß damit. Der einzige Nachteil ist, dass die Flytec T18 Drohne relativ windanfällig ist aufgrund ihres geringen Eigengewichtes. Da sollte man sich auf jeden Fall einen windstillen Tag aussuchen, um den hier fliegen zu lassen. Auch in Geschwindigkeitsstufe 2 und 3 hat er da mit Windböen schon ein bisschen Probleme. Deswegen auf jeden Fall da ein bisschen aufpassen. Leider liegt hier auch keine Micro SD Karte bei und auch kein Micro SD Kartenleser. Das ist oft bei Quadcoptern in dieser Preislasse der Fall hier eben nicht. Allerdings nimmt ihr das Video eben auch auf das Smartphone auf und das macht ihr eigentlich ganz okay. Hier sieht man auch mal schön die Steikleistung, also das ist schon ganz ordentlich. Für die knapp 44 Euro bekommt ihr mit dem Flytec T18 eine einfach zu fliegende Racing Drohne, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene wunderbar geeignet ist. Die Drohne selbst ist zwar etwas windanfällig, das Flugverhalten ist aber einwandfrei, der lässt sich super kontrollieren, fliegt höchst präzise und auch sehr gutmütig. Dazu kommt für die Verhältnisse noch eine relativ gute FPV Kamera. Das könnte natürlich auch von der Bildrate etwas höher sein, dennoch macht das einen ganz guten Eindruck. Also ich habe Drohnen getestet für knapp 100 Euro, die das ebenfalls können und die haben teilweise auch ein schlechteres Bild. Also da kann man auf jeden Fall nichts sagen und ich bin ebenfalls ganz zufrieden damit. Was ich auch cool finde, ist, dass man hier die Oberschale wechseln kann, um den so farblich etwas anzupassen. Und wenn euch die Farbe nicht gefällt bei TomTop, gibt es denn auch in grün und da liegt dann eine gelbe Oberschale bei. Ich komme nämlich leider langsam schon zum Ende und danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt zum Flytec T18, dann schreibt die in die Kommentare, ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao!